ja morgen leute euer zero hier und herzlich willkommen zu einem kleinen infovideo es geht heute um the escapists ich habe gestern nacht noch ein video fertig gemacht ist aber nicht hochgeladen deswegen gibt es jetzt so ein ganz billiges ich sitze mit dem handy in einem auto video und sage euch bescheid dass ich heute abends es gibt es zwei aufnehmen werde und das nicht alleine und ich brauche eure namen wenn ihr also dabei sein wollte dieses mal bei the escapists 2 dann hinterlassen wir einfach ihre namen mit dem hashtag werter oder mit dem hashtag insassen denn wir haben hier die auswahl zwischen insassen und werter das heißt wenn die gegen mich sein wollt dann die werter wenn ihr für mich sein wollte dann die insassen oder wenn ihr deadline seid dann auch insassen wir sehen uns dann im video mal gucken wer sich alles bewirbt und ja sorry für dieses billige ich sitze im auto video und mache kurzen ist jetzt im auto video ich sitze im auto mache kurz ein video ich bin heute verpeilt man merkt das auch ich sehe total fertig aus naja vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen bei the escapists 2 geplant ist dass es derzeit noch alle zwei tage kommt weil am freitag ziehe ich um und ich weiß nicht ob ich montag internet habe das heißt ich werde auf jeden fall so viel wie möglich quasi aufnehmen und zur not werde ich gucken ob ich mit lte mit den anderen aufnehmen kann und es irgendwie hochgeladen kriege wir werden sehen keine ahnung lasst euch überraschen hinterlasst mir ein kommentar hashtag werter oder hashtag insassen mit eurem namen haut rein euer seo tschüss